fränkel frottet heute let's play together minecraft featuring mone guten abend liebe leute hier sind wir wieder mit minecraft together und zwar dem mone hallo mone und der ich guten tag so wir werden zur abwechslung mal wieder eine adventure map machen und zwar eine jump and run map die da glaube ich heißt dann schon runner ich muss gleich sagen wir machen natürlich auch unser bauprojekt weiter den turm mit dem sprung in den pool wir werden dann mal demnächst noch mal versuchen die pool tiefer zu graben also keine panik auch damit wird es weitergehen aber wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen kreative erholung weil wir ja so tolle sachen gebaut haben ja da wollen wir uns mal wieder ein bisschen action mäßig verdingen mit einem jump and run adventure map diksbums teil ja da wollen wir uns dann noch mal wieder komplett blamieren ja sehe ich anders aber gut werden wir sehen das sind wohl mehrere levels und wir fangen dann an mit dem dungeon basic ja und ich habe heute auch natürlich wieder so vereinzelt ein paar zuschauer zuschriften eine muss ich gleich loswerden weil da geht es auch um unser bauer bauer projekt bauersucht frau bauersucht bauer um unser bauprojekt nämlich noch dass wir gestern mal ein bisschen pausiert haben und zwar von sir los lass die der hat uns geschrieben wir könnten ja einen ihr könntet einen riesenpenis bauen das tut mir leid so ein habe ich schon das brauchen wir nicht so aber das kannst gern du machen das lässt sich blicken wir dir gut also dann schon nummer eins basic ja was müssen wir überhaupt hier machen erklär mich doch mal auf das ist doch ich nicht also pass auf die bienen und die blumen ja nein das nicht das andere was müssen wir machen hier weiß ich auch nicht wo das eine truhe dürfen wir sachen kaputt machen oder nicht was macht ein goldener apfel ich habe kein was macht ein goldener apfel weiß nicht nehmen mit das hat mir jetzt wieder keiner vorher gesagt warte mal wenn ich jetzt es was passiert dann duftest du in rosa nehmen dir mal so ein apfel mit so ein päckchen weil es kann keinen was kann das nicht aufmachen doch ganz viele goldene apfel ja ich sag ja nimm doch mal mit das ist vielleicht irgendwie zum heilen oder so keine ahnung einen ich mach mir hier die taschen voll ja nur weil es aussieht wie gold übrigens hat uns einer gefragten zuschauer narake 1998 hat uns gefragt noch was könnte es sein dass ihr in irgendeinen dialekt redet wenn ja welchen lieber oder liebe narake das nennt sich dialekt und zwar deutsch deutsch nennt sich das hier sprechen deutsch nur so zu info gut dann gucken wir mal gehen wir mal davor also wir müssen halt irgendwie durch diese parkour parkour ist durchkommen lebendig ne ja und dürfen halt nicht laber irgendwie so wahrscheinlich und da müssen halt springen und so ne ach so jump and run jump and run das heißt so viel wie jump and run man könnte auch sagen jump and run aua jetzt hat es mir fast die laber geschmissen also los wir müssen erstmal üben also man kann ja schnell rennen mit doppelt drauf rednet ich bin in die lava gesprungen das ist schlecht ich brenne ja kannst du jetzt dann so ein apfel essen zum beispiel zu spät die liegen jetzt alle hier rum wo bist du jetzt ich komme wieder ganz am anfang oder oder ja 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 ich sehe ich schon immer wenn einer reinfällt oh gott du brauchst kein gold aber wieso bist du gleich darüber gekommen hast bist du schnell gelaufen ich habe zweimal weh gedrückt dann rennt er ja ja dachte ich das könnte nicht falsch sein da schon wieder ja da musst du später abspringen renne ich noch hilft der apfel was ja 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 oh man das ist ja cheaten verdammt aber ich habe nur doch 62 64 ich habe genügend äpfel 64 äpfel ja ich habe nur sieben tja recht für dich das dürfen wir nicht nehmen das ist cheaten nein ist es nicht natürlich ist es cheaten das schaffen wir nie wir sind so schlecht wir sind so ungeübt ich habe doch den ersten schon geschafft ja also geh hopp oh gott geht doch super ich bin gestorben bist du ne scheiße naja ich werde jetzt mal ja ich ich sag dann vielleicht mal ich spreche dann von redfish 13 37 das heißt glaube ich redfish lead das ist ja diese komische lead sprache speak sprech ja der hat uns geschrieben ich musste herzhaft lachen als harald meinte das minecraft ja realistisch ist geh wohl morgen mal den raum den baum im garten mit der bloßen hand fällen ja lieber redfish geht es auch anders wie machst du das denn ja also echt also unsere jacqueline norris ja genannt auch ohne die macht das immer so jetzt muss wir ein bisschen ja ein bisschen mehr draufhauen hier ja ich brauche noch ein paar äpfel jetzt kann doch nicht wahr sein lass doch die äpfel liegen ist doch nein es gibt es auch gar nicht bin noch sonst echt gut hier jump and run aber das ist mit tastatursteuerung echt ätzend ich warte hier stundenlang die leute langweilen sich zu tun das kann ja nicht wahr sein ja lach nur blöd mann wir kommen aus dem ersten level hier nicht raus sag mal es ist der anfänger level weißt du was ist was passiert denn wenn du den apfel ist jetzt sag doch mal du brennst ja immer noch dann gehen die sterne sei auch schon sterne ich verflucht dich echt hau dir auf den kopf dann gehen die herzen nicht kaputt also nochmal wo stehe ich denn jetzt ich krieg ganz feuchte hände ey so ein dreck ja solange nur die hände feucht sind naja jetzt kann sich nur noch um stunden handeln ja ich hab hier noch ein paar zuschriften ne mach ich das halt mal weiter ne ja mach mal deine zuschriften und zwar tobi tobi minecraft hat uns geschrieben verrückte menschen gibt es aha was meint er jetzt damit ja weiß ich nicht also ich vermute er ist gerade irgendwie in der geschlossenen in der nervenklinik achso und hat gerade festgestellt verrückte menschen gibt es vielleicht heißt er auch joda verrückte menschen es gibt ich weiß es nicht ist manche botschaften die an uns geschickt werden wie zum beispiel da weiß jetzt nicht mehr wer das genau war ach ich gehe einfach mal ein bisschen weiter inzwischen oder nein wieso denn nicht die leute langweilen sich doch zu tode ah jetzt bin ich tot ah haha das war die strafe für dich swim in lava ähm einer hat uns geschrieben unnötig ich weiß aber nicht mehr wie der hieß unnötig ja was heißt das das heißt so viel wie es ist nicht nötig ja aber was will er uns damit sagen er fand seinen kommentar unnötig achso ja denke ich auch fuck you ich habe vergessen äpfel mitzunehmen ach ne ich habe es nicht vergessen essen essen jetzt bist du wieder zurück in die lava gesprungen ja ich habe halt gedacht du geh zurück verfluchte scheiße ok da nehme ich halt auch mehr von diesen äpfeln mit aber die scheinen ja auch einen scheißdreck zu helfen doch doch das hilft du musst du da essen wie viel musst du denn da essen ja halt essen 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 ey das ist ja wohl der hammer du hast die ganzen äpfel mitgenommen ja äh 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 hallo das sind ja noch genügend für dich da bitte wie viel hast du denn mitgenommen 200.000 stück ja so ein paar waren ok und wie viel musst du dann immer essen um dann wieder zu gesunden ich habe keine ahnung ich habe halt einfach rechte maustaste gedrückt und dann futterter halt der kollege also komm jetzt ja warte mal warum habe ich denn jetzt nimm auch nicht alle mit natürlich nehme ich alle mit ach so du meinst du wir werden ja schon noch ein paar mal sterben und wenn die truhe leer ist ist empty du hast damit angefangen so viele zu nehmen ja ich gebe dir welche ach man jetzt komme ich nicht mehr an dieser einen stelle da vorbei das ist doch dreck das habe ich eingegessen so ja nur weil du mich da und ablenkst naja jetzt bin ich wieder schuld ja ist doch so man 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 ey nerven zerfetzend und dabei ist es ja nur der anfänger level ja und da bin ich und da bin ich reingefallen ja ja aber was man da genau mit macht weiß ich auch nicht ehrlich gesagt ich bin ja froh wenn ich das mit dem rennen hinkrieg ich hab's geschafft obwohl das ist ja nicht so weit hier ne ja so ein block geht ne ach du Schöne ok da müssen wir anlauf nehmen da verletzt man sich schon beim springen ey oh hehehehe oh blöd man das kann ja wohl nicht wahr sein ich hab die taste gedrückt und die äpfel sind jetzt alle weg oder weiß nicht hast du die restlichen alle genommen ne wie denn die sind in der lava verbrannt ich mein aus der kiste ja leer natürlich hab ich alle genommen weil du ja schon viel mehr genommen hattest ach es ist doch nicht zu fassen ey ich hab gedrückt die blöde taste hat hier nicht reagiert ja genau klar die taste ist schuld und das wetter es war zu warm heute die sprüche kennen wir doch oh leck mich doch im arsch hehehehe reicht es eigentlich wenn es einer schafft nein oooh ha 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 können wir es einfach nochmal starten bitte können wir bescheißen also prex die voll aus der hölle äh hölle ja jetzt haben wir keine 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 dings mehr ne oder also ich hab keine mehr ich hab auch keine äpfel mehr scheiße ok wir pausieren jetzt nochmal wir starten nochmal neu wir wussten ja gar nicht was die goldenen äpfel bedeuten oder 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 ja komm wir sind oberanfänger komm gleich zurück so jetzt sind wir zurück und ab jetzt wird nicht mehr beschissen nein jetzt äh nimmt da jeder acht äpfel du bist nicht wieder so größen wahnsinnig ich möchte 16 äpfel und dann ist gut du kommst doch nicht mal über das erste loch drüber doch jetzt schon also dann bin ich verantwortungsvoll und nehm nur acht ja also auf geht's das hilft ja auch nur dann was dieser blöde apfel wenn du nicht grad direkt in der lava liegst ne ja so wo bist du schon weg ja jetzt geh ich jetzt hier von dieser lava wand schon angst weil ich mich vorhin da angezündet habe ich idiot ach du hast den apfel auch noch in der hand oh jetzt bin ich zu kurz gesprungen ich bin so blöd und 16 äpfel sind dahin und ich sag noch du kommst nicht übers erste loch ach halt doch die klappe nimmst du jetzt bitte nur acht äpfel ja ich glaub die Tastatur funktioniert nicht wirklich die hat irgendeinen Back natürlich habt ihr gehört die Tastatur ja schreibt da bitte alle in die Kommentare drunter oh Mone arme Tastatur kaputt ja geh weiter hüpf weiter ach fuck you all ja dann werde ich halt mal noch mich um eine weitere Zuschauerzuschrift kümmern ne wir haben's ja weil ähm nach der lustigen Aktion kürzlich nach dem äh zweiten Videoblog hatte ich ja mal eine kurzfristige Flutung und meines Kanals mit Klicks und Zuschauern und Abonnenten und natürlich auch Zuschriften ähm und da hat uns zum Beispiel Rani Al Schaherr klingt so bissl arabisch ne kannst grad nicht reden oder jetzt ich muss mich konzentrieren das ist nicht so einfach Rani Al Schaherr hat uns geschrieben ich find's witzig wie ihr keine Ahnung von Minecraft habt wie eine Fünfjährige das ist nicht als Beleidigung gemeint aha das find ich aber schon das ist eine ganz üble Beleidigung und ich find das auch zu schämen weil also bitte ja jeder Fünfjährige muss sich doch davon beleidigt fühlen so ich komm jetzt ja ja komm so hier müssen wir Speed Jump machen ne Speed Jump sprach's und landete in der Lava nein achso du bist aber hart aufgeschlagen ja Aua so weiter ja mal langsam ich sag dir gleich diese komischen Lianen da vorne das sind kacke warum weil ich da hängen geblieben bin da bin ich gestorben kann man die nicht wegmachen? weiß ich nicht ich hab halt gedacht ich kann dran vorbeihüpfen tja siehst du mal ja wenn ich es nicht gesagt hätte wäre es jetzt auch ins Verderben gehüpft ne ich hätte sie natürlich weggemacht so logisch natürlich komm du zuerst alter vor Schönheit sag mal das Tropfen da das ist irgendwie macht mich schon ein bisschen kirre das ist so fast ein bisschen scheiße oder? eklig ne? ist auch der Blut von der Decke tropft das ist wahrscheinlich sogar verletzend ja ist auch verletzend ahahaha ok jetzt weiß ich warum es heißt ähm warum uns ein Zuschauer geschrieben hat ähm die Shift-Taste wird euer bester Freund weil ich kann sie gleichzeitig drücken ne nicht gleichzeitig aber da an dem Rand beim zurückgehen hätte ich sie drücken müssen ich Idiot aber ich bin ja lernfähig dauert zwar ungefähr 80 mal so lang wie bei normalen Menschen aber ich bin lernfähig ach das ist ganz schön weit jetzt hier wie soll ich denn da auf die Husche einen Speedjump machen das geht doch gar nicht das geht doch gar nicht komm 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 raus 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 hm ich seh schon tja die erste Folge ist gleich zu Ende die erste Dungeon Runner Folge und äh und wir haben geschafft nichts, na toll, ich bin auch gleich wieder reingefallen ah Dreck, Dreck, Dreck so jetzt konzentriere ich mich mal kurz vielleicht sollte man allgemein nicht so viel labern meinste es ist halt einfach nicht als wirklich gib mir ein Pad in die Hand und dann ist es überhaupt kein Problem darüber zu hupfen ja ja, ist klar Tastatur ist ätzend du bist auch ein Ausreden-Weltmeister, ey bei mir sind es die Schuhe ja, ja die sind schlecht meine Fresse, goldene Äpfel, my ass, die nützen überhaupt nichts doch, die nutzen was ne, die nützen nix, weil wir ja voll immer volle Kanne ganz dann in dieses Lava-Ding da reinspringen ich mach das mit Absicht, ich find's nämlich mittlerweile voll toll in die Lava zu springen es ist nämlich schön warm ach so ist er schon wieder da ach